hallo herzlich willkommen wieder mein neuer video ich will nur noch mal nächste information für euch ich habe mir entschieden noch mal was andere ändern mein plan weil ich will unbedingt fellow 4 weiterspielen also das heißt haben ja festgestellt ich habe jetzt irgendwie kein bock dreimal pro woche die rambo 60 schmangen sie ist schon viel da habe ich gesagt hast du machst du andere let's play rein also tauscht du was habe ich überlegen was konnte ich ja rein machen ja ich wollte erst mal call of duty aber was mir empfangen ist magst du rambos 6 wenn man mit last so wie ist also rambos 6 und der fellow 4 werden getauscht also kommen nächste woche zwei folgen von zwei folgen von rambos 6 60 ich kann nicht reden 60 und drei folgen von pilot 4 die uhrzeit immer gleich nur die spiele ändern sich tauschen die plätze heute und wieso will ich ist auch grund wenn ich nehme auf mit 2 mit mike lp andere spiel als ich habe theoretisch rein ich will keine sonntags video rein machen aber überlegen vielleicht mache ich sonntags video nur das werde so bock videos also lustig da spiele was andere das ist aber so wie mit mike lp werde ich spielen dann was alles so aber drei ist nicht der oder sich in mein prinzip von den kanal dann will werde ich am montag rein hauen ja also youtuber und was ihr könnt ihr mir herunter egal welches spiel ich sehe sowieso weil ich habe kein so gut wie keine kommentare bekommen ich werde es täglich sehen und ich kann immer am montag euer spiel spielen wenn ihr möchtet welcher nicht in mein program drin so leute ich werde sagen das war's für die informatio was wollt ihr euch bescheiden und wir sehen uns nach mal